Warum reagieren wir auf Emotionen? Immer wieder das Thema Emotion, Gefühl. Warum reagieren wir als Menschen auf Emotionen? Das Substantielle der Existenz. Emotionen sind Gefühl. Mit dem Begriff kann wahrscheinlich jeder etwas anfangen. Und es ist ja hier immer wieder Gegenstand, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn etwas emotionslos ist und eine Siri oder andere Dinge der künstlichen Intelligenz sind durchaus emotionslos, weil sie das Substantielle der Emotionen nicht haben, weil sie es vielleicht ausüben in der Art oder uns vormachen, sie hätten Emotionen, aber sie haben es nicht wirklich substanziell. Also wir sind bei der Emotion tatsächlich auf die Substanz angewiesen, die Substanz des Gefühls. Die Substanz des zum Ausdruck kommenden Gefühls, nämlich der Affekt oder die Reaktion im Affekt, also auch der Impuls, etwas Bewegendes, etwas, das eine mehr oder minder starke Energie in sich birgt, buchstäblich eine vegetative Energie, eine vegetative Funktionsenergie, die wir alle brauchen, um zu existieren. Und das ist natürlich in einem Abbild, in einer Symbolisierungswelt nicht gegeben, weil die eigentlich nicht emotional ist. Und wir kennen auch das Nicht-Emotionale, obwohl ich das zu bezweifeln wage, ob es etwas Nicht-Emotionales in einer lebendigen Existenz gibt. Ich denke es nicht persönlich. Aber wir erleben ja immer wieder Menschen, die etwas sehr rational betrachten, die etwas sehr intellektuell betrachten, die Menschen oder Existenz von einem Wissenszustand betrachten und eben kühl kalkulieren und sagen, ich lasse mal das Emotionale raus, weil das Emotionale ist nicht so ohne. Da entzündet sich stets alles, da entsteht Leiden und Leidenschaft. Und das möchte ich natürlich möglichst vermeiden. Insofern gehe ich dann mal in diese Abspaltung hinein, tiefen psychologischer Ausdruck in die Abspaltung, und reagiere nur noch rational und intellektuell, weil ich das kontrollieren kann, weil ich mich darin gut zum Beispiel denkend bewegen kann und lasse das Emotionale wenig an mich. Und dann haben wir es mit Menschen zu tun, die vielleicht im Extremfall gefühlskalt sind und die unnahbar sind und die große Angst vor dem Emotionalen haben. Aber gerade diese Angst ist ja die Substanz ihres Emotionalen. Also ich würde wirklich sagen, es gibt keine Existenz ohne das Emotionale. Und die Frage hier auch tatsächlich, warum reagieren wir auf Emotionen? Das ist ja das Substantielle der Existenz. Wenn du Hunger hast, dann ist das ein Gefühl, das sich äußert. Du hast Hunger, du kriegst Durst, du kriegst also ein Verlangen und all deine Tätigkeit ist mehr oder minder darauf ausgerichtet. Die Befriedigung deines Hungers, deines Dursts, deines Sexualtriebes, deiner Lust und so weiter und so weiter zu bekommen. Das heißt also, unsere Existenz ist ganz klar in dieser Bahn, die vorgegeben ist, vegetativ vorgegeben ist und damit unterbewusst, unbewusst vorgegeben ist, lebe, existiere. Wenn du das nicht tust, dann tue alles. Wenn du nicht existierst, dann bist du weg vom Fenster, dann bist du tot. Also wirst du alles daran setzen, immer wieder das zu bekommen, was du einfach notwendig für deine Existenz brauchst. Das ist ein ganz einfacher Lehrsatz. Und darüber sollte man sich immer wieder im Klaren sein, bei aller Intellektualisierung, bei allen Philosophien oder was man sonst noch veranstalten kann, dass das letztendlich immer wieder unsere Urbedürfnisse sind und unsere Ursubstanzen sind. Und das hat natürlich den Charakter des Guten und des Schlechten. Nehmen wir jetzt einen Säugling, der auf die Welt geboren ist, dann reagiert er zunächst mal auf das Gute, also das Umfangende, auf das Licht und die Wärme und die Güte der Mutter und die Zuwendung der Mutter und der Menschen, die sonst noch da sind. Und er reagiert eben auf das Schlechte, das Unbequeme, das Dunkle in der Nacht, die Kälte, die passiert und natürlich immer wieder das Hunger und das Durstgefühl und damit eben das Gefühl, emotional gebunden zu sein und im weitesten Sinne des Begriffs genährt zu werden. Das heißt also, er erfährt, dieser Mensch erfährt, und das erfahren wir als Erwachsene genauso, immer wieder das Gute und das Schlechte. Das heißt also, wird meinem Bedürfnis, wird meinem Gefühl, meinen Emotionen Rechnung getragen, wenn sie einigermaßen befriedigt oder eben nicht. Und wenn nicht, dann tue ich emotional alles im Sinne der Aggression, bis hin zum Überfall und ich klaue mir Essen und Gott weiß das, um das wieder zu befriedigen. Das heißt, wenn wir diese einfache Formel nutzen, könnten wir sagen, von da an, also wegen der Befriedigung oder dem Entstehen von Bedürfnissen und Emotionen, ergibt es das Gute und das Schlechte auf der Welt. Wenn man es jetzt ganz vereinfacht zieht, zu sagen, Gut und Böse, Schlechte und Gut entstehen oder Angenehm, Unangenehm und das ganze Duale entstehen dadurch, dass Bedürfnisse einfach vorhanden sind und dass ich sie habe oder eben nicht habe und dass ich deswegen tätig sein muss und mich zeigen muss, widerständig, wollend, willend, gierig, was auch immer die Art ist, also auch in einem starken Lebenswillen, um diese Existenz, diese meine Existenz zu erhalten. Das ist der Grund, wenn wir das so mal ganz einfach, vereinfachend sagen. Das ist also das substanzielle Gute oder eben das Schlechte, das wir als Menschen haben, wenn wir in der Welt sind oder das jegliche Existenz hat, die einfach geboren wurde und in dieser Welt vorhanden ist. Was wäre mein Leben ohne diese Grundemotionen, die immer wieder da sind? Also diese Grundzufriedenheit oder diese Unzufriedenheiten, aus denen ein Streben entsteht, ein emotionales und ein Verhaltensstreben entsteht in Richtung dessen, dass ich das wieder bekomme und dass ich dadurch wieder zufrieden bin und grundzufrieden bin? Was wäre das Leben ohne das? Natürlich ist das alles problematisch und wir hören immer wieder von verschiedenen Stellen, reagiere doch nicht so emotional, reagiere doch nicht so affektiv und vor allen Dingen so impulsiv, so unüberlegt im Reflex. Und da ist natürlich die Frage, okay, wie passiert das oder wie kann das geschehen? Und ohne das Emotionale kann ich nicht existieren, also Existenz ist nicht denkbar ohne diese Substanz des Emotionalen, aber wie eben die Emotionen zu handhaben? Kann ich also Hunger aufschieben? Kann ich überhaupt Bedürfnisse aufschieben? Und das lernen wir natürlich als Menschen sehr komplex von Kindheit an, zu sagen, es muss nicht immer alles sofort befriedigt werden und das ist vielleicht auch ein Manko, das in der heutigen Zeit oft existiert, dass Menschen Bedürfnisse haben und dass sie diese Bedürfnisse oft impulsiv befriedigt haben wollen. Das Popcorn-Essen ist vielleicht dann noch so ein ganz simples Beispiel dafür oder ich trinke jetzt ewig Wasser und immer wieder Wasser und jeder lehrt mich heutzutage, trinke Wasser und in allen Lebensumständen, weil wir trinken zu wenig Wasser und bla 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 bla. Aber wenn ich gelernt habe, im geeigneten Moment die Befriedigung des Wassertrinkens geschehen zu lassen, nämlich dann, wenn es möglich ist und dann vor allen Dingen ich gelernt habe, dass ich tatsächlich weiter existiere, auch wenn ich jetzt nicht unmittelbar ständig ein Bedürfnis befriedige, dann ist es doch etwas wert. Also das ist doch wert. Also da muss ich nicht jeden anspringen, wo ich ein sexuelles Bedürfnis habe oder nicht ständig essen und all diese Geschichten, die Menschen leider oft vielleicht zu viel machen, sondern ich kann meine Emotionen kontrollieren in einem gewissen Umfang. Und das ist das Interessante daran, dass man Emotionen wirklich handhaben kann. Und da frage ich mich oft, gibt es so etwas wie eine abstrakte Emotion, also die jetzt nicht gebunden ist an etwas unmittelbar Bedürfnismäßiges, das jetzt so stark als Lust dasteht, also Lust im umfassenden Sinne dasteht, Lust auf etwas ganz Bestimmtes, sondern spüre ich eine, sagen wir mal, gehobenere Emotion, dem ich weiß, ja natürlich, es kommt der Punkt, wo das auch befriedigt wird und es alles in Ordnung ist und ich kann das jetzt aufschieben. Und ich weiß aber, das trägt mich was anderes. Und das meine ich mit der abstrakten Emotion. Also es trägt mich so etwas wie auch Liebe letztendlich. Also ich bin geborgen, es ist für mich gesorgt und die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann meine Bedürfnisse wieder befriedigt bekomme, die ist sehr, sehr stark gegeben. Also bin ich nicht mehr so direkt im Reflex, wie zum Beispiel ein kleines Kind, ein Säugling, der natürlich schreien muss, um dem Ausdruck zu verleihen, dass seine Existenz tatsächlich erhalten bleibt. Natürlich auch die Frage, gibt es etwas jenseits des Emotionalen? Ich hatte es am Anfang schon angesprochen, es ist natürlich das Rational, es ist dann das Kognitive, in der Art, in der wir denken, in dem wir ein Gedächtnis haben, in dem wir Lebenserfahrung haben, unser Verhalten ausrichten oder eben Dinge sehr rational betrachten, sehr abstrakt, mit Abstand eben auch und nicht mit der unmittelbaren emotionalen Verwicklung. Und die Kunst des Lebens scheint wirklich zu sein, einen guten Ausgleich zwischen dem Emotionalen und dem Rationalen hinzubekommen und es eben dadurch in Schach zu halten oder eben auszugleichen, das ist der bessere Ausdruck dafür. Also etwas, das jenseits des Emotionalen ist. Wie gesagt, es ist in der Gespaltenheit dann durchaus auch so etwas wie in einem Schizoiden. Der schizoide Mensch, der also eine schizoide Struktur hat, hat sehr Angst vor dem Emotionalen. Gleichzeitig ist die Angst das Substantielle, aber die Angst ist eben auch das Problematische für den Menschen. Dann wird er als Abwehr, als Abwehrleistung dafür dann eben rational sein und alles nur noch intellektuell oder schwärmerisch oder fantasierend oder in einer großen Sehnsucht beschreiben. Aber er wird diese Sehnsucht niemals erfüllt bekommen, weil er eben einen schizoiden Charakter hat in der Form. Aber nochmal die Frage, gibt es etwas jenseits des Emotionalen? Gibt es etwas, was umfangreicher ist als diese schieren Bedürfnisse, die ja sehr einfach sind, die grundlegenden Bedürfnisse, die wir als Menschen haben? Da würde ich sagen, es ist durchaus so, dass wir uns nicht als Menschen, die wir ja mehr sind als nur Hungerwesen oder Durstwesen oder Lustwesen in der Sexualität, nicht unbedingt mit dem Emotionalen, diesem einseitig-emotionalen identifizieren, sondern dass wir spüren, da ist noch etwas anderes, also was viel grundlegender ist, was viel durchdringender ist. Ein Problem, das Menschen oft haben, sie identifizieren sich einseitig mit etwas, was ja jetzt gerade da ist und das scheint dann so, als ob sie nur das zum Ausdruck bringen, nur das sind in diesen Momenten, aber in Wirklichkeit sind sie ja noch viel mehr und sich dessen bewusst zu werden, ist interessant, insofern muss ich mich nicht mit einseitigen Emotionen und damit Bedürfnissen identifizieren. Und natürlich auch die Haltung zu haben, vielleicht die geistige Haltung zu haben, dass Emotion einfach geschieht. Also Emotion ist etwas, was in unser Leben eingebettet ist, was immer wieder vorhanden ist, wie Farben, die vorhanden sind in der Natur. Wenn wir die Natur betrachten, dann ist Emotion einfach vorhanden. Nehmen wir mal an, das wären die roten Farben als Beispiel, dann ist das Emotionale eben das Rote, was mir begegnet. Aber das Rot ist nicht alles. Oder ich bin nicht nur fixiert eben auf das Emotionale, sondern Emotion passiert einfach. Sie passiert automatisch. Ich muss gar nichts dazu tun, sondern ich kann sie immer wieder entstehen lassen. Ich kann sie betrachten. Ich kann Emotionen wechseln. Ich kann sie, wie gesagt, auch kontrollieren in einem gewissen Umfang. Und ich kann sie vielleicht tatsächlich emotional abstrahieren, indem ich etwas Größeres daraus mache. Also ein größeres Gefühl, eine größere, eine umfangreichere, eine differenziertere Emotion daraus mache und das geschehen lasse. Und dadurch den Vorteil habe, dass ich mehr in dem Großen ruhe. Also ich weiß dann, es ist alles, für alles ist gesorgt, es wird immer wieder ein Ausgleich kommen in meinem Leben. Und ich kann so dieses Liebesgefühl im Abstand, in einem gewissen Abstand zu den Dingen, in einer gewissen Beobachterposition und damit in einer bestimmten Metaposition tatsächlich betrachten und geschehen lassen. Und eben auch dadurch zur Ruhe kommen, indem ich weiß, meinen emotionalen Bedürfnissen wird letztendlich immer wieder Rechnung getragen. Ganz automatisch und selbstverständlich. Es wird mir immer wieder Essen angeboten werden. Ich werde immer wieder eingeladen werden. Es werden mir immer wieder Menschen begegnen, die mich anziehen. Und dann ist eben mein körperliches Bedürfnis befriedigt, mein intellektuelles, mein sinnliches, mein soziales Bedürfnis befriedigt und so weiter. Es geht ja auch immer wieder darum, wenn wir das Thema Warum reagieren wir auf Emotionen betrachten, welche wirklichen Grundbedürfnisse haben wir als Mensch? Ich habe an verschiedensten Stellen immer wieder darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, wenn wir mit Menschen arbeiten und mit denen zusammen sind, sich immer wieder die Frage zu stellen, was ist das wirkliche Grundbedürfnis dieses Menschen, das er jetzt gerade in dieser Zeit, in dieser Begegnung mit mir hat? Was ist das? Ist das vielleicht eine Beruhigung durch die Wortansprache, die ich jetzt mache? Oder was braucht er wirklich? Was ist hier so unmittelbar wichtig und wesentlich? Und sich diese Frage zu stellen, das tut oft gut, bevor man in alle möglichen Bereiche abschweift, zu sagen, was braucht der Mensch jetzt wirklich? Braucht er Geld? Braucht er Essen? Braucht er einen Partner? Braucht er eine Freundschaft? Und solche Sachen, solche griffigen Möglichkeiten sind damit gemeint. Der Nachteil von Emotionen ist, dass sie eben nicht weit ist, sondern dass sie im Zweifelsfall immer wieder fixiert ist auf etwas Einseitiges. Und dann wird es durchaus zu so etwas wie dem Begriff Leiden schafft. Dann schafft das Leiden tatsächlich auch. Und der Nachteil ist eben, dass sie nicht weit ist, sondern unmittelbar ist. Und ich glaube, so eine Herausforderung im Leben ist immer wieder, Emotionen weit werden zu lassen, weitläufiger werden zu lassen, in größeren Bewusstseinsprozessen geschehen zu lassen und zu verstehen und eben dadurch auch in einem starken Bewusstsein tatsächlich zum Ausdruck zu kommen, ohne sich einseitig in dem Emotionalen zu identifizieren. Also die Herausforderung ist das Überschauen, das Durchblicken, das immer wieder auch Abstand gewinnen, das die Dinge weiter werden lässt, sodass man nicht einseitig fokussiert ist, sondern merkt, es gibt vieles und vieles Potenzial im Sinne zum Beispiel des englischen Ausdrucks Mindful oder Mindfulness ist immer wieder vorhanden, sodass ich quasi in einem Abstand zu dem unmittelbar Emotionalen immer wieder vorhanden bin, also immer wieder hineingerate und das entstehe und geradezu generieren kann. Und das ist ja das, was wir zum Beispiel in Meditationszuständen haben, wo wir einfach einen gewissen Abstand zu den Dingen bekommen. Also wir haben jetzt Bedürfnisse, wir haben Gedanken, wir haben sinnliche Empfindungen, wir haben Körperempfindungen, wir nehmen Geräusche in der Umgebung wahr, es kommt dies, es kommt jenes, also diesen großen Fluss der Dinge überschauen zu können, darin zu sein, daran beteiligt zu sein, aber sich nicht vollkommen damit zu identifizieren, vollkommen oder einseitig damit zu identifizieren, sondern da einen Zustand zu haben, der natürlich dann stärkere Gelassenheit kreiert geradezu, weil ich eben nicht immer in dem tatsächlichen Affekt Gelage drin bin oder in der Affektladung drin bin und dem ausgeliefert bin oder einen anderen Menschen darin mit ausliefere und wir dann ineinander verstrickt sind und es dann Auseinandersetzungen gibt oder tragödienartige Liebesaffären und all diese Geschichten, sondern eine gewisse Distanz immer wieder hineinzubekommen und das ist etwas Substantielles in der Meditation. Wenn es eben schlecht läuft, um darauf nochmal zu kommen, zum Schluss eben, Menschen, die Angst vor dem Emotionalen haben, denen das im weitesten Sinne Angst macht, geraten dann oft in die Spaltung, indem sie einseitig etwas rationalisieren, aber ihre Bedürfnisse unbefriedigt bleiben. Wenn sie befriedigt sind, dann wäre das alles okay, dann ist das eine Rationalisierung oder Intellektualisierung, geht vollkommen in Ordnung, aber wenn sie ihre Bedürfnisse nicht befriedigt bekommen, also damit eben das Emotionale nicht seinen Befriedigungsausdruck bekommt, dann entsteht natürlich eine Problematik und dann wird das schwierig. Also insofern mal ganz interessant, auch immer mal wieder über den Begriff Emotionen nachzudenken, sich damit zu beschäftigen. Warum reagieren wir als Menschen auf Emotionen, das Substantielle der Existenz? Und wie gesagt, es bleibt immer substanziell, in jeglicher Existenz. Und insofern ist es was Grundlegendes in unserem Leben, aber das zu handhaben und geradezu weiter werden zu lassen, in mehr Möglichkeiten, das ist die interessante Herausforderung in meinem Leben.